Und dann kommt es darauf an, welche Berufsrichtung aus dem Weg machen. Früher hat es Metzger geheissen, den Brot. Und das heisst jetzt Neufleischfachmann. Und das ist die dreijährige Ausbildung. Und dann gibt es auch noch die zweijährige Ausbildung, das ist dann der Fleischfachassistent. Schau, wie kommst du da? Das ist ja aus Riesel in der Thailand. Fein. Ja, so. 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 So wie jetzt. Etwa. Und wie sind die Missspiele von der Basamolika, von Oberwärm, in Zug, sind ... Und Falster. Die Fokus. Das Team ist sehr gut. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Und wenn ich Fragen habe, dann helfen sie mir auch. Ja.